Unsere Freunde aus dem bayerischen Wald, die Lustigen Fünf, ein paar Gruppen haben wir noch. Wollt ihr noch zu, glaube ich? Heute gibt es keinen Bärwurz, keinen Blutwurz. Heute gibt es die Lustigen Fünf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus Ivan, spiel auf! Ja, liebe Freunde, Frau Pössl ist das Mekka der Oberkainer Freunde.